Es ist leicht, gut zu transportieren. Es kann problemlos von einer Person auf- und abgebaut werden. Und jedes Teil kann im Falle eines Falles einzeln ausgetauscht werden. Ganz klar, gehe auf die Straße und frage 100 Leute, ob sie Fotoboos oder eine Fotobox kennen. 80% haben noch keine Ahnung, was das ist. Es gibt also noch viel Luft nach oben. Absolut. Ich kenne kein anderes fotografisches Ausrüstungsstück, welches sich so schnell rechnet. Selbst bei günstiger Vermietung hat sich die Investition nach spätestens 8 bis 10 Einsätzen bezahlt gemacht.